Der Rechtstipp wird Ihnen präsentiert von Kaspers Mock-Anwälte. Mein Name ist Mario Sager, ich bin hier Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht und würde Ihnen gerne heute etwas über die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als Beweismittel im arbeitsgerichtlichen Prozess erzählen. Welche Grundsätze gelten für eine ordnungsgemäß ausgestellte Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung? Zum Grundsatz, die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung oder auch kurz AU ist das gesetzlich vorgeschriebene Beweismittel und damit auch das Beweismittel der Wahl, wenn Arbeitnehmer von ihrem Arbeitgeber Entgeltfortzahlung haben möchten. Wenn der Arbeitgeber also nicht zahlt und der Arbeitnehmer einen Prozess führt auf Entgeltfortzahlung, dann ist die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung das Beweismittel, mit dem er in der Regel erfolgreich ist. Allerdings hat das Bundesarbeitsgericht in den letzten Jahren die Anforderungen verschärft und die Fälle herausgehoben, in denen die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als Beweismittel gerade nicht ausreicht, um im Prozess als Arbeitnehmer erfolgreich zu sein. Gibt es Ausnahmen, die den Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung anzweifeln lassen? Von diesem Grundsatz, also dass die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als Beweismittel zum Erfolg führt, gibt es verschiedene Ausnahmen. Wenn es dem Arbeitgeber gelingt, in einem Prozess Anhaltspunkte dafür vorzutragen, dass mit der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung salopp formuliert irgendwas komisch ist, wenn die Einzelfallumstände ein komisches Licht auf den Fall werfen, dann kann es sein, dass er die Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung als Beweismittel sozusagen aus dem Spiel bringt und der Arbeitnehmer andere Beweismittel vorlegen muss, um bei Gericht erfolgreich zu sein. Beispielsweise den ihn behandelnden Arzt von der Schweigepflicht entbinden und ihn als Zeugen vor Gericht zu vernehmen. Als ersten Beispielsfall für eine solche Konstellation eine Entscheidung vom BAG aus September 2021, also relativ aktuell. In dem Fall war es so, die Arbeitnehmerin hat das Arbeitsverhältnis selbst gekündigt und dem Arbeitgeber nicht nur das Kündigungsschreiben übergeben, sondern gleichzeitig eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung, die sich komplett gedeckt hat mit dem Ablauf der Kündigungsfrist. In diesem Fall hatte der Arbeitgeber Zweifel, hat die Entgeltfortzahlung verweigert und letztlich auch vom Bundesarbeitsgericht Recht bekommen, weil die Arbeitnehmerin den behandelnden Arzt in der Folge als weiteres Beweismittel nicht von der Schweigepflicht entbunden hat. Für solche Fälle, also in denen sich der diagnostizierte Zeitraum der Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung und die Kündigungsfrist decken, beziehungsweise nahezu identisch sind, sind also für den Arbeitnehmer in der Praxis gefährlich. Er muss damit rechnen, dass sein Arzt vor Gericht als Zeuge aussagen muss. In welchen weiteren Beispielen zweifeln die Arbeitsgerichte die Glaubhaftigkeit einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung an? Zu einem weiteren relativ aktuellen Fall, in dem das BAG die Daumenschrauben angezogen hat, geht es um die sogenannte Einheit des Verhinderungsfalls. Also im Grundsatz ist es so, jede Krankheitsursache löst einen maximal sechswöchigen Entgeltfortzahlungszeitraum aus. Wenn sich allerdings die Entgeltfortzahlungszeiträume Krankheit A und Krankheit B überschneiden, ist mit Ablauf der Krankheit A Schluss. Also wenn Arbeitsunfähigkeitsursachen sich zeitlich überschneiden, entspricht man von der Einheit des Verhinderungsfalls, dann ist mit der Entgeltfortzahlung sozusagen Ende. Das BAG hat in diesem Fall auch sozusagen die Daumenschrauben für den Arbeitnehmer etwas weiter angezogen. Das ist der Klassiker, der läuft unter dem Stichpunkt Ärzte- oder Diagnosehopping. Der Arbeitnehmer lässt sich also sechs Wochen krankschreiben von Arzt A. Dann liegt das Wochenende dazwischen und die nächste andere Ursache wird von Arzt B ausgestellt. Beispielsweise wieder sechs Wochen. Da hat das BAG gesagt, auch in diesem Fall habe ich Zweifel am Beweiswert der zweiten Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung. Wenn der Arbeitgeber eben bestreitet im Prozess, dass die erste Krankheitsursache vollständig ausgeheilt war, als die zweite diagnostiziert wurde, muss auch der Arzt hier in diesem Fall, also der zweite Arzt, der die zweite Ursache bestätigt, als Zeuge vor Gericht aussagen. Das kann für den Arbeitnehmer durchaus problematisch werden, denn gerade bei unterschiedlichen Ärzten unterschiedlicher Fachrichtungen wird der zweite Arzt in diesem Fall wohl kaum mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit bestätigen können, dass eine vollkommen fachfremde erste Krankheitsursache vollständig ausgeheilt gewesen ist. Neben diesen relativ aktuellen Fallbeispielen gibt es auch noch andere Sachverhalte, in denen der Beweiswert einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung erschüttert ist, sprich dieser als Beweismittel aus dem Prozess genommen wird. Nachfolgend ein paar Beispiele. Also Sachverhalt, Arbeitnehmer möchte Urlaub haben, Arbeitgeber lehnt den Urlaub ab. Zufälligerweise ist in dem beantragten Urlaubszeitraum der Arbeitnehmer erkrankt. Auch hier kann der Arbeitgeber an dem Beweisfert der AU zweifeln. Anderes Beispiel, während des diagnostizierten Krankheitszeitraums wird der Arbeitnehmer dabei gesehen, wie er genesungswidrige Extremsportarten oder sonstige Gefallensweisen an den Tag legt, die nicht passen. Oder auch in einem Nebengewerbe körperliche Tätigkeiten arbeitet, obwohl er beispielsweise wegen Rückenleiden krank geschrieben ist. Welchen Tipp kann man bei berechtigten Zweifeln an einer Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung geben? Abschließend bleibt als Fazit festzuhalten, in solchen Konstellationen wird die Rechtsprechung für Arbeitnehmer immer strenger. Das heißt, wenn Sie sich in einem solchen Fall befinden, gleich auf welcher Seite sollten Sie frühzeitig arbeitsrechtliche Beratungen in Anspruch nehmen. Der Rechtstipp wurde Ihnen präsentiert von Kaspers Mock Anwälte.